Kennst du? Kennst du? Mit dem Gabriel Vetter. Hey, kennst du auch, wenn du den Kaffee trinkst, der durch den Affdauern ist? Also der mega teure Kopi Luwak Kaffee, der zuerst von dieser Meerkatz, die gefressen werden, nachher rausgeschiessen wird und dann ist der mega teuerste Kaffee. Und dann trinkst du den so und denkst so, hey, eigentlich wäre es doch super, wenn wir den Kaffee Affe mit einer Kuh kreuzen würden. Weil dann, käme unten von dieser Kuh nicht einfach nur Kaffee raus, sondern sogar noch Cappuccino. Kennst du auch? Wäre echt super geil.